So ihr Lieben, wir sind nun beim 52. June of the Week am Sonntag, den 24. Dezember 2023. Es ist Heiligabend und dafür habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht. Und zwar habe ich vor Jahren mal Fairytale of New York von den Porges arrangiert für Pipes. Da wir in unserem neuen Taunraum bleiben müssen, geht manchmal die Transposition etwas nach oben oder nach unten. Deswegen nicht wundern, wenn ihr das Lied eigentlich anders kennt. Aber es ist auf Pipes gut spielbar und ich werde auch den 6,8 Teil nicht ganz so schnell spielen, wie er im Original ist. Ja, Fairytale of New York ist auch nicht einfach zu spielen, aber anlässlich des Todes von Shane McGovern, denke ich mal, gehört das noch mit in die Liste der Tune of the Week. Ja, Fairytale of New York ist auch nicht einfach zu spielen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020